Schönen guten Morgen, nochmal von uns. Falls der Wecker heute nicht gereicht hat, sie aufzuwecken. Dann gibt es jetzt, was? Eine Frechheit. Die gänzt heute mehr als sonst. Warum er das sagt, lösen wir auf hinterher bei richtig oder falsch. Jetzt machen wir erstmal mit der Musik weiter. When I Wake Up, so heißt nämlich der Song, den uns jetzt die Band Lions Head performt. Guten Morgen ins Café. I've been shaken to the core, and I got over it. Yeah, we still go ahead, we head up to the bed. All that's in my head is, when I wake up to y'all, and then I stretch my arm. I did it do the charm, hope you're still here when I wake up. I hope you're here when I wake up. Nachher gibt es natürlich alles auch noch in voller Länge. Und jetzt gibt es die Telefonnummer für richtig oder falsch. Und dann geht es nachher ums Gähnen. Ums Wachwerden. Nein, ums Gähnen. Ums Gähnen. 01371373839. Und Carsten ist, glaube ich, auch schon relativ wach. Wenn du gähnst, gähnst du kurz oder lang? Und Dunja, wie lange gähnst du? Und wir machen ruckzuck weiter mit einer Band, die heißt Lions Head. Besteht genau aus diesen beiden Herren. Schönen guten Morgen. Good to have you. Thank you for coming over. Dieses Album kommt am 4. November raus. Am 18. gehen Sie auf Tour. Start ist in Köln. Und der junge Herr spricht seit zwei Jahren Deutsch. Nur ein bisschen Deutsch. Nur ein bisschen? Ja, ja. Sehr schwierig zu lernen. Okay, it's okay. Ja? Ich habe zwei Jahre hier gelebt und ja, ich würde Deutsch sprechen und ich habe ein bisschen praktikieren. Das hört sich schon sehr gut an. Das hört sich fantastisch an. So, jetzt wollen wir aber die Musik hören und die gibt es auf Englisch. Next time you're gonna perform in German maybe. Let's see. Also genießen Sie die Musik. Wir sehen uns morgen 5.30 Uhr. Einen schönen Dienstag. Tschüss. 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 I was alone stumbling my way home. Took a while to finally find my bed. Those are the ghosts rolling up the coast. Messing with the memories in my head. Seems funny though. No one seems to know. You run me out and hunt me up to drive. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020